Bisschen einschneidlust, wenn's auch geht. Ja, Fräule. Servus, grüßt und hallo, willkommen zurück zu Fall Guys. Mit Season 6, mit dem guten Mano und tiefe Schieflage. Ich mag Sex. Ah, totale Schieflage. Was? Totale Schieflage, neues Spiel, neues Glück. Aber grad, dass's nicht grad geworden ist, da muss man schon aufschauen. Wer hat noch nicht, wer will noch mal, oh Gott, oh Gott. Also, ich hab noch nicht, aber das ist ja ganz schön, es gibt zwei Ziele. Hm, mag ich. Ja, gibt Zifte. Ja, ich mag auch wieder eingefühlen, aber grad der Moment halt. Was, zwei Ziele? The fuck. Ach, leg mich doch alles am Arsch. Oh nein, Prüflung. Das ist jetzt Bitar. Ich hab's ganz knapp geschafft. Das ist jetzt Bitar. Wow, 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 wow. Wow, das ist voll gar nicht einmal so lustig, du. Nein, 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 oh. Das ist überhaupt nicht lustig, ich bin oben am Start. Was? Ich bin ein schlechter Mann, du. Ich bin ein schlechter Mann, du. Nein, nicht euer Freund. Ha, 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 ha. Hallo? Hallo? Ja? Ja? Ich hab den ersten Checkpoint raus geschafft. Ich bin noch da. Ich, ja, ich lebe noch. Hm, glaub deine Chancen steigern noch gut. Nein. So, da gehst du durch sie gut. Wirklich? Ja. Bei dir nicht. Nein! Nein, Mann! Gehen wir ja lauter. Gehen wir ja lauter. Boah! Oh, das ist knapp. Mann, du! Ja? Ich bin eins Ziel. Eins Ziel bist du. Warum heißt ich Manu Manuno TV? Tja. Das war so. Warum bist du so religiös, Jack? Ach, hey. Du bist schon dabei. Du bist schon dabei ein religiös gewesen. Also, wenn du das auch zweifeln möchtest. Hey, da wären wir voll cool freund mir. Okay. Schau ich das nach? Nein, das schau ich nicht mehr aus. Na. Äh, äh. Mr. Chiochis. Hi. Viesta, Viesta Mexicana. Holarari, holarari, holarari. Ja, eh. Party, Meile! Okay, ist besonders. Das ist schon mal gut. Auf geht's, wir feiern heute eine Party. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich hab mir das grad einfach ausgeteigt. Oh, 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 oh. Ja, überwinde die Hindernisse und reine zur Ziellinie. Wow. Hast du wirklich? Nein. Ehrlich gesagt, nein. Also, irgendwie lohnt's mir schon zu lang. Oh, ich find da. Oh, jetzt geht's. Ah. Wahrscheinlich schon. Was ist denn jetzt da los? Oh Gott. Hallo. Mein Name ist Malonski. Mann du, ich rechne fest damit, dass ich nicht ins Ziel kommen werde. Mann du. Ja. Ja, nicht. Okay. Okay, nein. Keine Ahnung. Eine ist los. Da seh ich mich, eine ist los. Ja, ja, ich mach mit. Huiiii. Das geht aber fix, du. Oh Gott, die war schon fast rausgefahren. Oh Gott, in die Gräne. Okay. Ah ja, die Gräne. Immer wurscht. Nimm alles. Nimm alles. Nimm's sogar von hinten. Was? Was? Manuel! Was ist denn das? Das sind die Farbbomben. Au. 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 Du sprühen da einfach Pimpol mit dir. Was ist denn mit euch? Au. 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 Woa. Es geht so oft hin und her oder du kennst dich ja nicht. Wieso bist du vor mir? Weil, äh, bester Spieler EU-West. Haben wir es nicht gedacht. Ich muss da in so eine Lowei. Nein, jetzt haben sie die komischen Dinge da umgedreht. Hallo. Oh, ich bin drin. Ich hab's geschafft. Das macht ja direkt Spaß. Hey, das ist cool. Maluchen-Spiel. Auf! Nein, nein. Da, 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 da stellt sie mal auf. Da stellt sie immer Zeit auf. Nein, kein Zeug. Das Gegenteil von Zeug. Das ist nicht das Gegenteil von Zeug. Äh, Eispickel. Eispickel? Macht's nicht besser. Stütz mal den Eispickel auf. Oh, mein Mann malt sich grad. Er hat Hunger. Im Bedarf ist noch Essen. Ich versuch jetzt, wie du vorher mit deinem ersten Schwung direkt mitzunehmen. Ja, du musst mitlassen. Ja, okay. Ich hab schon mal die erste Band geschafft. Das ist schon mal Premium-Content. Da war ein Flying-Hacker. Ja. Ja, ja. Das hab ich grad direkt gesehen. Weil der ist einfach quer drüber gesprungen. Achim, der Fang nicht. Du kleiner Fahrrad. Nein, ich hab in den Kopf gestoßen. Das ist doch nicht das erste Mal passiert. Hey, mach die wieder auch knapp. So. So. Ich durch. Letzter Abschnitt. Mein Juuu. Warum wollten wir jetzt jemand festhalten? Ich bin hinter dir. Hinter dir. Steh der Monkey. Nee, dann hat er noch ein Wehr. Nein. Oh Gott, bin ich doof. Nein! 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 Boah! Ich hab's geschafft! Ja, 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 ja! Mango! Hallo, Mango! Geh mal da rüber. Und dann wieder hier rüber zu springen. Und! Ich hab's! Ja, ich hab's auch! Mein du! Gott, Gott! Oh, hallo! Mein du, hallo! Gemeinsam ins Ziel! Lalalala! Ah, süß! Flugzeit! Ja, nice! Gesundheit! Meine Bakterien haben gerade auch Flugzeit gehabt. Bleibe in der Punktzone. Okay, ausgang. In der Luft. In der Luft. Was soll man machen? Ich weiß es noch nicht. Bleibe in der Punktezone in der Luft. Okay, ich muss so lange wie möglich in der Luft bleiben, ohne dass du da erfällst. Ich glaube auch. Null Prozent. Ah, das geht auf eine bestimmte Zeit. Ich muss so lange wie möglich in der Luft. Ah! 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 96 Prozent! Ja Leute, das war's dann mit einer Folge von Folli-Eyes. Ja! Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin! Auf Wiedersehen! Tschau! Tschüssikowski! Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.